Jo Leute, was geht jetzt der Spruchstilungsstart mit einem neuen Video und das wird das letzte Video sein für 2023. Ich wollte mich einfach mal bedanken wieder für dieses Jahr, für den tollen Support und was ich alles erleben durfte. Bin wieder viel rumgekommen, sehr sehr geile Events gehabt und nächstes Jahr steht auf jeden Fall auch wieder super viel an. Wir sind gerade in Wien, da kommt auch ein witziger Vlog. Es ist super viel passiert, wird wahrscheinlich so in den nächsten 1-2 Tagen kommen und dann werden auf jeden Fall noch ein paar coole Videos. Kommen auch zu Valorant, ein Video, was mir sehr am Herzen liegt. Könnt ihr euch sehr gespannt sein, wird ein bisschen aufwändiger und länger. Das hoffe ich, dass sich das auch wieder reinzieht. Und ja, heute Abend feiern wir zusammen, Silvester mit den ganzen Truppen, Trials, Kuba und alle. Gehe dann noch feiern und morgen fliege ich dann wieder zurück. Morgen gibt es ja schon wieder den ersten Stream abends mit Wocky, barriere ich einen Hundekuchen. Bin ich sehr gespannt, der Mann wird vier Jahre alt. Und sonst würde ich mich einfach noch mal herzlich bedanken bei euch für dieses Jahr, für den krassen Support, für alles was passiert ist. Dass ihr immer weiter am Start bleibt oder am Start geblieben seid. Und ich freue mich sehr auf 2024. Es ist auf jeden Fall ein paar coole Formate geplant, da wir jetzt auch in Hamburg wohnen. Wird sehr, sehr nice. Mit Kuba machen wir sehr, sehr viele Real-Life Vlogs. Diese Mini-Vlogs werden auch immer öfter kommen. Kommen mir sehr gut an. Ich will neue Spiele spielen, mehr Koch-Streams. Ich habe mir selber eine eigene Fitness-Challenge auferlegt. Die fange ich dann auch wahrscheinlich schon nächste Woche an mit aktuellen Bildern. Ich muss mal gucken und Jim, ob ich dann da filmen darf oder wie wir das machen. Das wird auch immer sehr, sehr cool. Neue Challenges. Dann will ich nächstes Jahr noch ein paar coole Steilern-Vlogs machen mit Freunden, die auch Fußballprofis sind. Wir am Ende dann Interviews machen mit denen. Was glaube ich sehr, sehr cool ist. Hat man noch nicht so gesehen. Ansonsten will ich auch ein bisschen reisen. Mal gucken, wie das alles gut klappt. Und die Vlogs machen nicht sehr schön. Da steht auf jeden Fall Japan an. Da will ich auf jeden Fall in Portugal. Das ist auch eine Sache, wenn ich mir angucken will. Madeira wäre auch eine interessante Sache. Da könnte man auf jeden Fall auch hingehen. Ja, das ist auf jeden Fall Bestand der Dinge. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr gesund bleibt. Dass ihr gesund seid. Passt auf euch heute Abend auf. Mache keinen Scheiß. Böllert nicht zu viel. Ich habe das mittlerweile auch aufgelassen, dass ich einen Hund habe. Wer das machen will natürlich. Gerne am 31. ein paar Mal. Aber ich verstehe auch nicht, wer das immer so ein bisschen zu früh macht. Das ist immer so ein bisschen weird. Und grüßt eure Freunde von mir natürlich. Und dann hoffe ich, dass wir uns im Jahr 2014 wiedersehen. Und dann hoffe ich, dass ihr am 1.1. Abend zum Start seid, wenn ich Hockey und Hundekuchen backe. Und trinkt dann einen für mich mit, falls ihr ertrinkt. Ansonsten bleibt schabiert. Passt auf eure Freunde, Freundinnen und Familie auf. Für mich war es das. Wir sehen uns im neuen Jahr. Und haut rein. Euer Chef.